Okay, dann also das gleiche nochmal aus dem Homeoffice. Also ich teste jetzt den Surface-Irgendwas und gucke mir das mal an. Das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist, ob man vernünftig schreiben kann. Und dazu nehmen wir uns jetzt erstmal ein Whiteboard. Ja, der ist prima. Und teilen. Okay, aktuell habe ich keinen zweiten Monitor angeschlossen. Das heißt, ich muss leider mit dem hier Vorlieb nehmen. Aber immerhin kann der Fullscreen. Okay, und außerdem möchte ich sehen, wie das Ganze im wirklichen Schreiben funktioniert. Das heißt, ich mache jetzt die Tastatur ab. Damit ist es weg. Okay. Gut. Jetzt ist nur noch die Frage, wie bewege ich diese Mist-Menüzeile? Ah, okay. Gut. Damit ist es jetzt oben. Also ich probiere mal aus. Kann ich überhaupt mal? Das ist leider nicht so gut, wie bei dem eigentlichen Whiteboard von Microsoft. Okay. Gut. Also was uns jetzt als erstes mal interessiert, wir wollen Differenzialgleichungen herleiten. Und das bedeutet, dass wir uns zunächst mal fragen müssen, wie kommen überhaupt Ableitungen in die Definition oder wie kommen die überhaupt in die Realität rein. Und die einfachste Darstellung, die einfachste blumige Definition der Ableitung ist ja immer, das ist die Steigung der Tangenten an einer Kurve in einem Punkt. Und das bringt mir für eine Anwendung absolut überhaupt nichts. Und was mich aber eigentlich interessiert ist, wie kann man Ableitungen interpretieren? Und natürlich ist allen klar, Ableitung ist dasselbe wie Geschwindigkeit. Und dazu brauchen wir uns einfach nur überlegen. Wir haben ein Auto, das auf einer geraden Straße entlangfährt und es befindet sich zum Zeitpunkt T an der Stelle S von T. Dann ist natürlich klar, wenn der mit konstanter Geschwindigkeit fährt, dann würde ich die Geschwindigkeit sinnvollerweise definieren als S von T plus DT für ein kleines t minus S von T durch DT. Interessanterweise habe ich jetzt hier unten einen Strich gemacht. Okay, in diesem Ding hier geht auch der Radierer nicht, aber das scheint alles an diesem Whiteboard von Zoom zu liegen. Wahrscheinlich macht man da tatsächlich doch besser PowerPoint oder irgendwie sowas. Da kann man ja auch dann vernünftige Hintergründe hinterlegen. Okay, also ich gehe zurück zum Zeichnen. Was habe ich denn jetzt gerade gehabt? S von T plus DT minus S von T durch DT und das würden wir als Geschwindigkeit bezeichnen. Und naja, wenn die Geschwindigkeit nicht konstant ist, dann würden wir das DT möglichst klein wählen, um die Geschwindigkeit an einem Punkt, an einem Zeitpunkt S von T zu definieren. Und das heißt, für Limes DT gegen Null geht das hier natürlich gerade gegen die Ableitung. Das heißt also, das hier geht für DT gegen Null gerade gegen S' von T. Und da setzen wir hier natürlich voraus, dass das alles existiert, was da vorne steht. Okay, das heißt also sinnvollerweise natürlich, die Ableitung ist nichts anderes als die Geschwindigkeit in diesem einfachen Fall. Und man kann natürlich immer sagen, die Ableitung ist einfach nur die Geschwindigkeit eines Prozesses. Die ist die Geschwindigkeit, mit der sich eine Größe ändert. Egal welche das ist und wir können eben auch hier statt S wieder S' einsetzen und konnten uns überlegen, wie schnell ändert sich denn die Geschwindigkeit. Und das ist offensichtlich Beschleunigung und kämen dann natürlich zu sowas wie S' von T plus DT minus S' von T. Das war also die Änderung der Geschwindigkeit geteilt durch DT. Und wenn wir das an einer bestimmten Stelle T ausrätten wollen, dann werden wir natürlich auch das hier wieder betrachten für DT gegen Null. Und offensichtlich konvergiert das gegen die zweite Ableitung. Das heißt, die erste Ableitung entspricht sowas wie der Geschwindigkeit. Üblicherweise V. Und die zweite Ableitung ist sowas wie die Ableitung der Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeitsänderung. Und damit ist nichts anderes als die Beschleunigung. Üblicherweise A für Acceleration. Und, naja, die kann natürlich auch negativ sein, wenn es sich um eine Verzögerung handelt. Ja, okay, damit ist uns schon mal klar, was die ersten und zweiten Ableitungen bedeuten. Und, naja, wir werden gleich sehen, dass jetzt ganz natürlich, tatsächlich ganz natürliche Aufgaben automatisch zu einer Differenzialgleichung werden, so wie Sie sie aus der Analyse 1 kennen.